Leute, wir haben hier zufällig im Vorbeifahren eine Spitterschutzzelle aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Guckt euch das mal an. Und, ja, die ist sogar auf. Da ist der Carlos, der ist auch schon am Filmen. Ich gehe jetzt mal mit euch einmal drum rum. Der liebe Carlos hat mir jetzt eine Taschenlampe gegeben. Ich habe meine nämlich zu Hause vergessen. Ich muss hier nur ein bisschen aufpassen. Ihr seht es hier, der ist offen. Nur reinklettern kann ich nicht. Es ist ein bisschen sehr eng. Könnt ihr einmal reingucken in die Spitterschutzzelle. Einfach so per Zufall entdeckt, Leute. Gerade im Vorbeifahren. Das hat man auch nicht alle Tage. So. Jetzt gehe ich hier wieder raus, Freunde. Gehe noch einmal mit euch drum rum. Hier, Carlos, deine Lampe ist schon an. Ja, Freunde. Klein, süß, fein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.